LSW Movies hier und herzlich willkommen zum Update Nummer 2 und ja heute haben wir wieder zwei neue Sets, eins kennt ihr bereits und einen Breaking Order. Ich würde sagen wir fangen mal mit der Breaking Order an. Und zwar haben wir hier einfach solche Teile für Bäume auf jeden Fall sehr nice im braun. Breaking Order ist eigentlich auch fast alle Teile da sind eh nur im braun. Dann hier noch ganz 2x2er, natürlich auch im braun. Auch einige. Dann haben wir hier noch 2x1er, auch sehr schön, natürlich auch wieder im braun. Und hier haben wir auch noch solche Steine, die kann man sehr gut für Bäume verwenden, die wir als kleine Spoiler auf das Mob brauchen, Palisade-Fricks. Das man auch teilweise für Bäume verwenden kann, aber auch natürlich für die Saarben. Hier haben wir noch so Baumsteine, da kann man auch sehr schön dafür verwenden. Dann hier haben wir noch, ich hoffe man kann es erkennen, solche Steine und so im knappen Land und braun, auch gut für Bäume. Dann haben wir hier noch, äh ja, solche blauen Platten, grauen Untergrund und natürlich auch für Bäume. Genauso wie hier, hier sind auch einige Baumteile. Noch mehr von den, von den Platten, diesmal in 2x1. Und noch solche sogenannten Bricks mit, also einem Einser mit so einer, in der Befestigung vorne dran. So, dann haben wir hier den AAT. Auch sehr nice. Dazu gibt es noch beiden Reviews. Und das hier, solltet ihr schon kennen von dem Review, falls ihr es noch nicht kennt. Ganz einfach, ähm, hier ein, äh, Combat Speeder von General Creeps. Das war's mit dem Update. Ciao Leute! Bis zum nächsten Mal.